Hallo, was machen Sachen? Ja, lasst uns mal ein bisschen über Twitch reden. Ich habe ja eigentlich immer auf Twitch gestreamt oder jetzt eine lange Zeit auf Twitch gestreamt, schon circa ein Jahr ungefähr. Nur habe ich jetzt die letzte Zeit, wo ich jetzt wirklich streamen wollte, riesige Probleme mit der Seite an sich gehabt. Und ja, also ich habe so gut wie seltene Verbindungen, also momentan stellt sich Twitch da sehr stark an. Ich habe ständig Probleme, der Chat geht nicht, das geht nicht, jenes geht nicht und das geht mir gerade so dezent auf den Keks. Ja. Auch wenn ich halt auf Twitch schon den Affiliate-Status habe, sprich ich kann Werbung schalten, ich habe dieses Bit-System und so, aber das, ja, das nervt mich halt tierisch, dass ich, wenn ich streamen will, halt nicht kann oder halt nur bedingt kann, weil das nicht funktioniert, jenes nicht funktioniert und das nervt mich. Also habe ich beschlossen, dass ich jetzt halt sage, okay, ich komme doch wieder zurück auf YouTube. Ich hatte ganz, ganz am Anfang wirklich auch auf YouTube angefangen zu streamen, dann hatte ich da Probleme gehabt. Ich wurde öfters aus meinen eigenen Live-Streams rausgekickt, ohne halt großartige Begründung. Es wurde rausgekickt, Video sollte gelöscht werden, sonst gibt es Probleme, jada, jada, jada. Aber so wirklich Begründungen gab es nicht. Es waren halt normale Let's Plays, meistens bei Slime Venture wurde ich rausgekickt, das wollten wir irgendwie nicht. Oder halt auch bei normalen Zeichen-Streams, wo ich dann halt einfach, ja, irgendwelche Lofi-Beats im Hintergrund hatte, die eigentlich Copyright-frei waren. Also ich weiß nicht, ob das wirklich daran lag oder nicht, weil normalerweise, selbst wenn man Copyright-Sachen anmacht, wenn es jetzt nicht bestimmte Sachen sind, dass man halt, ja, Audio wird gemutet und solche Geschichten. Es wurde halt meistens, wie gesagt, ohne Grund. Und das hat mich genervt und dann bin ich auf Twitch rüber und da ging es dann. Und jetzt habe ich halt wieder das gleiche Problem. Jetzt lässt mich Twitch nicht streamen, also komme ich zurück auf YouTube. Ja, beide Seiten haben so ihre Vor- und Nachteile. An für sich fand ich eigentlich das Streamen an sich auf Twitch tatsächlich angenehmer. Aber ja, wenn es mich nicht streamen lässt, dann kann ich halt auch nichts dafür machen. Dann gehe ich zurück auf YouTube. Muss mich da wieder wahrscheinlich einfach nochmal reinfinden, wie das halt ist. Schöne war bei Twitch, dass man halt so ein bisschen Nebenbeschäftigung machen kann mit dem Chat zusammen. Bei YouTube geht das nicht so gut, aber da findet man schon was. Ja. Ja, und das war halt so. Ich wollte einfach nur mal drüber reden, dass ich jetzt halt tatsächlich wieder auf YouTube streame. Ich habe jetzt auch die letzten zwei Tage immer mal gestreamt, habe so, ja, ich habe ein bisschen was gezeichnet, ich habe was modelliert, ich habe was gespielt. Ist auch eine schöne Sache, die ich an YouTube wirklich ganz gut finde, ist, dass die Videos halt tatsächlich, also die Streams dann tatsächlich online bleiben. Man muss kein Prämienmitglied sein oder so, dass halt man Videos oder halt die Streams für längere Zeit da behalten kann. Und wenn ich jetzt ein bisschen darauf achte, dass ich halt so Sachen trenne, wie jetzt gestern zum Beispiel, hatte ich am Anfang ein bisschen was im Blinder gemacht, bin dann später auf das Gaming gewechselt, habe dann ein neues Film gestartet und habe das halt quasi dann halt, ja, schöne Parts eingeteilt, dass die halt dann als Videos zählen. Und das finde ich eigentlich ganz entspannt. Ist auch, finde ich, eine günstige Alternative wie bei Twitch, wo man halt dann, ja, du musst das sein und dann kannst du deine Videos behalten. Aber auf Twitch guckt ja auch keiner wirklich Videos. Ich finde es ein bisschen schade, man kann keine Clips machen, aber bei mir wurden jetzt auch meist nicht so komisch keine Clips an für sich gemacht. Manchmal war es einfach wahrscheinlich nur ausprobieren, wie so ein Clip funktioniert, weil ich manchmal sehr seltsame Sachen hatte. Wobei ich glaube, ich, oder ich meine zu glauben, dass man das auch machen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Er sagt, bei mir wurden halt meistens einmal, wenn uns Teile rausgekippt, die halt nicht mal lustig waren oder so. Meistens so ein Ausprobieren, was tut dieses Clip-Funktion eigentlich. Egal, wie dem auch sei. Ja, das war das, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe komplett den Faden verloren. Also ich bin jetzt erst mal von Twitch wieder auf YouTube gewechselt zum Streamen. Ist halt für die YouTube-Leute schöner. Es gibt jetzt zusätzlich zu den Videos, die hoffentlich öfters kommen, auch Streame oder Streams. Streams, oder? Die bleiben halt dann auch online meistens. Wenn YouTube die nicht selber rausschmeißen, dann bleiben die online. Den kann man später noch mal angucken. Ja, und vielleicht sieht man sich ja mal im Sphären. Wir können euch mit mir unterhalten. Wir können irgendwas machen. Da findet sich bestimmt was. Oder der eine oder andere, dass wir mal ein Spiel zusammenspielen. Das war schön auch an der Anfangszeit bei Twitch. Ich hatte eine kleine Community durch White Eagles gefunden. Da hat man tatsächlich auch Spiele zusammengespielt. Aber das hat sich momentan auch so ein bisschen im Sande verlaufen, was halt echt schade ist. Es sind halt immer nur noch so zwei, drei Leute online. Und die spielen halt Spiele, die ich nicht unbedingt spielen möchte. Und dann ist das halt auch bisschen durch. Vielleicht kann man hier den einen oder anderen finden, die man halt ab und zu mal was spielen kann. Vielleicht mal eine Runde Phasmo oder so. Ich kann hier auch mehr spielen, weil tatsächlich, das ist auch eine Sache, wo ich halt auch öfters mal überlegt habe, dass ich von Twitch wieder zurück auf YouTube wechsle, weil Twitch aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen deutlich mehr Internetleistung für sich beansprucht, dass ich, ja, keine Spiele spielen kann. Großartig. Alles, was so ein bisschen mehr Grafikleistung hat. Ja, funktioniert nicht durch die Internetverbindung und auch dadurch, dass mein Computer halt nicht so mehr der Beste ist, dann ging das halt nicht. Außer mit fünf Frames pro Sekunde, wenn du Glück hast. Wenn nicht noch weniger. Ja, vielleicht kann man öfters mal Spiele spielen, wo man halt auch online zusammenspielt. Teilweise hat Minecraft nicht funktioniert. Und Minecraft ist jetzt nicht so das Anspruchsvollste, was das angeht. Das war ein bisschen doof. Vielleicht ändert sich das jetzt auf YouTube. Ich hab ja jetzt, ähm, das mit Pokémon hat ganz gut funktioniert. Da gab's keine Schwierigkeiten. Es ist nix abgestürzt. Selbst Blender ist nicht abgestürzt, was selten ist, weil sobald ich einen Stream starte, ein Stream starte, ich kann schon nicht mehr sprechen, äh, hab ich immer Probleme. Gut, ich hab generell Probleme mit Blender, aber sobald ein Stream läuft, ist das noch mal mehr problematisch geworden, dass Blender etwas abstürzt. Ich hatte jetzt die, was hatte ich notiert? Drei, vier Stunden? Ich hatte keinen einzigen abstürzt, was mich echt verwundert hat. Selbst beim Exportieren von FBX-Dateien. Da ist es eigentlich an und für sich gerne mal abstürzt. Es ging alles problematisch, äh, problemfrei. Es war nicht problematisch, das ist der Punkt. Es hat alles besser funktioniert. Ja, und, äh, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Weg von YouTube, äh, weg von Twitch, zurück auf YouTube. Und, äh, ja, vielleicht, ähm, kommt der ein oder andere mal vorbei, sagt mal hallo und, ähm, wir sehen uns. Und wenn auch nicht, trotzdem einen schönen Tag und danke, dass du dir das Video angeschauen hast, mich angehört hast, mein confuses Gelaber angehört hast. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video oder vielleicht auch im Stream. Tschau! Tschau!